Willkommen wieder bei Battlefield 1. Wir sind die Rote Armee jetzt gerade, haben aber nur den Punkt B. A wurde uns weggesnackt, C ist da hinten, wollen die erobern. Und wir gehen mal zum verschütterter Innenhof. So heißt das, verschütteter Innenhof. So, heute am Start, wir spielen die Hellriegel. Die wunderbare Hellriegel spielen wir. Hab grad ein bisschen Panik, weil ich hör überall Steps, überall Gegner. Da vorne ist auch Action-Maction. So, da war ein Gegner, das hab ich doch gesehen. Da oben ist, glaub ich, auch einer. Überall ist irgendwo einer. Das ist alles voller Gegner. Und die Hellriegel ist eine Waffe. Ich will nur mal zu erzählen, die Hellriegel, die spiel ich persönlich sehr, sehr gern. Also wenn ich Stormsoldat spiele, spiel ich liebend gerne mit der Hellriegel. Auch wenn die Munition verdammt schnell immer auch alle ist, ne? Also die Munition bei Hellriegel, du kannst sie sehr schnell verballern, finde ich. Aber 60 Schuss ist schon ordentlich, ne? Warum auch immer meiner aufgehört hat, mitten im Schießen aufzuhören, habt ihr das gesehen? Meiner hat einfach beim Ballern aufgehört, zu ballern. Das war ein bisschen nachteilig. So, ich will unbedingt gleich die Kathedrale sehen. Ich selber kenn die Map nämlich nicht. Die Map ist neu für mich. Ich hab die noch nicht gespielt. Ich mein das ernst. Vom DLC und so, ich hab kaum was gespielt. Und ich kenn die Map halt gar nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Kathedrale zum Beispiel aussieht. Das scheint ein riesiges Ding in der Mitte zu sein. Und wir haben die sogar anscheinend aktuell noch. Ich will grad mein Leben regenerieren. Wir sind grad so ein bisschen am... ...am sterben. Oh, da war noch einer. Scheiße, da war noch einer. Den hab ich nicht gesehen. Oh, der hat sogar noch gewonnen. Hauptsache, der Sniper wurde wieder belebt. Gut. Damit ist der, den ich angegriffen hab, wieder am Leben. Die sind immer noch da. Ich spawn nochmal bei A, denn die sind noch da. Und solange noch immer Gegner hier leben, kann ich nicht in Frieden gehen. Die Frage ist, wo... Ne, sind die jetzt schon weg? Sind die jetzt mittlerweile tot? Der Medic und die Sniper? Ich hoffe es ja. Na, scheint so. Da war die Sniper. Ob der Medic noch lebt, weiß ich nicht. Aber ich hab's euch gesagt. Ne? Ich hab's euch gesagt. Oh Gott. Ja. Ich hab's euch gesagt, dass der da noch ist. So, dann gehen wir mal zu B jetzt. Das ist die Kathedrale des Lichts. Sieht aber krass aus, ne? Oh Gott. Ah, Stacheldraht. Sieht aber echt cool aus, muss ich sagen. Die wird aber grad erobert. Das heißt, anscheinend verlieren wir die jetzt, ne? Los, Kollegen, reinstürmen. Holt euch das Ding zurück. Und dann verteidigen wir das Ding. Was auch immer. Ich glaub, wir kommen da gerade nicht rein, so wie es aussieht. Na, da drin ist ja richtig viel los. Als ob, alter. Oh, da steht der Insel auf einmal vor mir und gibt mir noch einen Schuss. Okay, B ist anscheinend verloren. Alter, sind da viele rote Punkte. Gibt's ja irgendwie andere Eingänge? Ich kenn halt nicht, ob da irgendwie so Special-Eingänge sind. Wo man irgendwie gut flankieren könnte. Ja, das wüsste ich gerne. Oh, da ist ein Ballgegner. Das ist jetzt dumm gewesen, hier lang zu gehen. Ich werde wahrscheinlich sterben. Ja, noch leb ich. Anscheinend. Aber die wissen, dass ich hier lang gegangen bin. Mann, ich töte immer einen und dann holt mich der Nächste. Ich krieg einfach zu. Ich krieg einen Rappel, krieg ich. Ich muss hier... Ja, wir müssen wieder reinkommen. Kann ich dir irgendwie umlaufen, Mann? Nein, lieber Panzer, bleib da stehen. Du bist mein einzigster Zufluchtsort. Ah, brennen, brennen. Überall Explosion. Okay, ich dachte, ich bin schon tot. Weil einfach überall irgendwas war. Krass, ey. Also verteidigen kann man die Mitte, glaube ich, sehr gut, ne? Wenn man da mittendrin ist. Schon siebenmal verreckt. Das ist traurig. Das ist traurig. Das C. Hm. Hm. Kein einziger mehr da am Leben. Gut. So, jetzt sind wir hier mit dem Squad. Na ja, kommen von hinten. Umlaufen die quasi. Was natürlich sehr gut ist. Ich schätze mal, eigentlich ist das sehr gut. Ich laufe und ich laufe und ich stürme voran. Da habe ich den Sniper. Warum lade ich eigentlich schon wieder nach? Ich meine, so wenig Muni habe ich ja jetzt nun auch nicht. Ach, das sind Kollegen. Glaube ich. War das denn mit dem Pferd, den ich gehört habe? Ich habe nämlich Steps gehört. Und war gerade wieder ein bisschen panisch. Bin ich nämlich dann immer direkt mit dem Gegner. Oh Gott. Nein. Nein, nein, nein. Als ob da ein Panzer steht. Einmal rumgelaufen komplett. Und dann steht da echt Panzer. Das kann nicht wahr sein. Ich bin... Ach Mann. Ist das ärgerlich. Ich wollte die so schön umlaufen. Und die Flanken. Aber den Scheiß habe ich erreicht. Weil der dumme Panzer mich gesehen hat. Das ist zu Mäuse melken hier. Zu Mäuse melken. Jetzt fühle ich mich gerade selber an dem blöden Starreldraht. Ich bin irgendwie drinnen. Ich bin irgendwie drinnen. Noch bin ich drinnen. Noch bin ich drinnen. So. Ja, ja, ja. Noch bin ich drinnen. Schade. Nein, ey. Oh. Ja, es wird halt auf der Karte angezeigt, wenn man da drinnen wild rumballert. Oh, da hätte ich gern irgendwas, was das verdeckt. Dass ich nicht auf der Karte angezeigt werde, wenn ich da rumballere wie ein Verrückter. Ah. Wir sind gut gekommen. Wir sind da reingekommen irgendwie. Hallo, Kollege. Au, au, au. Au, au, au. Oh, oh. Gas, 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 Gas. Ich will überleben für meine Teamkollegen. Nein. Ich wollte mich da hinten hinlegen. Ah, ich wollte doch nur überleben für einen Teamkollegen. Damit die bei mir spawnen können, falls sie sterben. Dann hätten wir von da drinnen so schön... Meine Pläne gehen nicht auf. Ne? Weil auch überall irgendwo einer steht. Das ist echt... Das kann ich bei ihm nicht spawnen, weil er unter Beschuss ist. Tolle Wurst. Dankeschön. Jetzt darf ich's. Das ist echt zum Mäuse-Maken hier. Ja, der Panzer war halt voll auf. Ja, Granate. Ich hab irgendwie noch einen Feind getroffen mit der Granate. Aber ihr seht schon, ich find die Kathedrale ganz lustig, wenn man Verteidiger ist. Irgendwie haben wir sie sogar gehabt und haben's nicht geschafft, die zu verteidigen. Weil das wirkt eigentlich relativ easy, die zu verteidigen, ne? Also so jetzt gerade, weil als Sturm kommst du da kaum rein, ohne getötet zu werden. Ne? Das wird von allen Seiten bewacht. Wie sonst was. Wie sonst was wird das von allen Seiten bewacht. Das ist der Wahnsinn. So, und vorrücken. Und vorrücken. Und vorrücken. Und nach links. Holen wir uns C. Ich würd sagen, ich würd sagen, ich hol mir C. Ich würd sagen, ich versuch C zu holen. Wenn wir C haben, dann können wir die von beiden Seiten versuchen zu flankieren. Wenigstens versuchen. Auch wenn ich gleich wieder tot bin. 30 HP ist nichts. Ach, das ist doch scheiße. Ich hab einfach die schlechteste KD der Welt. Weil ich die ganze Zeit versuche. Die Gegner hat zum Rennen. Aber es klappt einfach kein Stück. Ich geb's gleich echt auf. Also, ich hab echt alles probiert, irgendwie zu umrennen. Aber auf allen Seiten sind bestimmt irgendwie Millionen Leute. Und du kannst nichts erreichen einfach. Weil irgendwo guckt dich immer einer an. Das ist der Wahnsinn. Ne? Du kommst kein Stück voran. Das ist einfach richtig nervig. Hier, Granate in die Richtung, Leute. So, hier, ich komm mal hierher. Ja, ich bräuchte eigentlich, äh, Leben. Ne? Wow. Dann halt nicht. Also, da, hier ist Leben. Ha! Sehr schön. Ich sterb trotzdem. Wow. Ja, ich lieg hier genau neben drei Sanitätern. Wenn mich einer wiederbeleben könnte. Dankeschön. Das ist sehr nett. Und da hinten wird man trotzdem noch weggesniped, Alter. Das Game suckt einfach aktuell so hart. Mann, 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 ey. Ich find die Map ganz cool so an sich. Aber, boah, ey. Die Deffen, das ist ja der Wahnsinn. Du kommst nirgendwo lang, ohne zu sterben. Überall steht irgendwo immer einer. Ja, also, äh, die machen das richtig, richtig gut. Finde ich persönlich. So, ich schau mal, ob ich jetzt nochmal in die Mitte komme. Ne? Und zwar hier hinein. Kuckuck. Dankeschön. Wir haben ja einen wieder getötet. Der Wahnsinn. Du weißt, diesen Gegner angeblich auf den Posten. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. So, wir sind jetzt mal hier oben. Wir haben mal was da rein. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, wir brennen jetzt erstmal nieder. Ja. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es einfach. Na, immerhin haben wir nochmal 10. Oh, immerhin haben wir nochmal 10. Oh, ich muss draufbleiben. Das wär ne Idee, ne? Erobern 100. Wow. Jetzt haben sie nur noch B. Wir gewinnen das Ding. Nein, okay. Kein, kein Stück leider. Ja, die haben gleich mal noch einen Panzer stehen. Sehr schön. Ich geh mal hier rum. Alalalala. Ihr dürft das nicht gewinnen. Schade. Das war die traurigste Runde der Welt. Naja, ich hoffe, euch hat die Runde irgendwie gefallen. Wenn ihr alles gerne bewertet und da im Kommentar. Und wir sehen uns bei einer anderen Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Und bis dann.